pet shaming die ist sowieso die ganze zeit voll ekelhaft nein die katze ins loch okay was geht jetzt natürlich vor mit lisa als erstes im loch um na klar für forscherin und hat sich das spiel bis jetzt gelohnt was geholt habe war es doch schon keine coolen geister die aus ihren gräbern erwachen keine fiesen gespenster die an eddie als die eddie heim suchen du willst was schauriges ja dann sehen wir diese familie an dann erzähle ich dir mal ein schauermärchen vom blutigen onkel und ernährt sich am blut unschuldiger neffen lehm könntest du bitte mal nicht betrunken sein will niemand will niemand will niemand scheiße mann dieser dode lassen wir der aberglaube sein und so ja aber schwesterherz du weißt doch so aberglaube lässt sich nicht raushalten mann der namen ist echt doof wir haben es oft genug gehört will niemand mal was machen mann ihr schweine das war ganz schwer als jungen kind war ich weiß noch wie ich ganz allein durch den hauptkorridor gegangen bin ich werde nicht zulassen dass meine kinder ja deine kinder um es ohne dich besser den lächerlichen wahnvorstellungen deiner kindheit verfallen du bist lächerlich ich kann auch immer die dänen knarzen hören ich schwöre das haus hat mich versucht mich mich zu warnen das hat dann habe ich ihn gehört diesen diesen unheiligen chor der willige will und der mürrische murray befreit von den thronräubern trug bildern what the fuck kost mir den ewigen frieden das ist bernaden jung der kult der färmer der roda hat dem deutsch sterbscheu stand gehalten finden wir unseren rechten platz unsere 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 1 mein gott was soll was passiert hier gerade geeinigt von der reue von der reue geist geleitet und ist das licht aus jener alten tyrannei ok zu guter letzt da werden wir alles das was wir geschaffen ok du bist immer hier oder was gibst du noch zu glotzen kannst du meinen anblick nicht ertragen schau ich hatte im ober bist du ein zwerg meinst du ich bin blind meinst du hast das besser gemacht als ich fresse hast du was zu meckern oder oder nicht dann ist es immer noch da in deinen augen ach schau ich habe die bleiche fresse da an bist du jetzt zufrieden ich brauche die pause ich brauche die pause auf dem gemälde nur erst auf dem gemälde seien sein einer sohn und liam ist nicht drauf die tochter ist nicht drauf ich glaube die hatten auch ziemlich viel druck in der kindheit das kann menschen leider auch sehr negativ verändern ich meine der hat ein alkoholproblem oh nein oh nein oh nein die oma ist wieder am psychopathischen rumwalken oh nee hat sie schon angerufen lisas beute hä wieso meine das ist trice omi okay meine brüder ein letztes mal möge ich euch kundtun so wie es die prophezeiung verkündet so wie es in den schriften geschrieben steht hä was passiert hier gerade kassandra blackwell wird wieder auferstehen hä what was passiert hier warum ist sie denn jetzt besessen was für wahre auferstehung von den toten ist nur die einzige lösung warum ist sie jetzt so komisch drauf die war die coolste die war doch die coolste normalste normalste was steht wohl noch in eurem verstaubten grimoire weil die familie hat glaube ich irgendwie alle ruiniert oder sobald man hier drin ist in dieser familie wird man bekloppt wenn ihr versagt dann ginge so vieles verloren okay das ist gerade die wendung ist gerade richtig heftig so von 0 auf 100 auf einmal richtig am der freiwillige träume trug bildern was was passiert hier was ist denn jetzt los ich glaube ich brauche auch nicht alkohol das spiel war voll normal also mehr oder weniger ja ha 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 nie miau 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 geil oder geil der wohl ist ja gereich oh gott freiheit was wir machen macht los von den killen der klingen der feucht was So, okay. Ich weiß gerade nicht, in was so eine Richtung das Spiel geht. Und die Oma ist da reingegangen. Alles klar. Ich kann nicht hinterher, Gott sei Dank. Aha, ich habe mich schon gewundert, warum es an der Stelle nur knarzt. Ich wollte auch erst Trial lesen, aber ja. Diese alte Drecksau kommt zu mir und lacht mich aus, ne? Ich muss ja auch nicht, warum ich auch nicht? Ich konnte es nicht mehr, sondern es hätte auch nicht mehr. Ich habe es nicht mehr, einfach. Ich habe für mich eine Versturzungen, wie ich sicher auch nicht daraufhin habe. Ich habe es schon viele Sachen geschrieben. Ich habe es nicht mehr, ich habe es nicht mehr, ich bin eher. Ich habe es nicht mehr, ich kann es nicht mehr, ich kann es nicht mehr so machen. Das ist ja. okay ist gar nicht so einfach was Nein, du bist so fit! Wo ist er? So, kleiner Racker. Wie hat Essmus denn bitte geschafft, da runter zu gelangen? Oh, diese Kopfschmerzen. Kann mich bitte irgendwer töten? Es gibt keine Kommen! So sehr du auch versuchst und versuchst und versuchst, du wirst nie entkommen können. Hallo, Goku. Mr. Murray, wissen Sie irgendwas über diese Todesfalle? Hm. Todesfalle! Hm, das ist ein schärfe Prinzip des Murray-Universums. Was ist denn das? Dies könnte eine ernsthafte Gefahr für die Kinder darstellen. Kinder? Äh, Leute? Mr. Murray, waren Sie nicht diese kaputten Bodenplatten hier bewusst? Die ist nicht kaputt, Ma'am. Das ist ein Werk von Ihrem alten Herrn. Ähm, Leute. Vater? Warum würde er so etwas tun? Könnte das vielleicht etwas mit dem Vaters eigentümlichen Betragen zu tun haben? Leute! Ich denke, wir haben gerade die Urkunde gefunden. Alle ignorieren Lier. Murrays Gesetz. Erster Tag. Unter unser eins. Mama, ich bin schon voll. Morgen mit dem Mimitzen spielen. Peter vielleicht, Schätzchen. Lass den Kind auf seinen Spaß, Liebling. Tut mir leid, so viele schädliche Mikroorganismen. Ja, die hast du in deiner Kindheit anscheinend gehabt. Schön, und warum kaufst du denn der kleinen, kein winzigen Astronautenanzug? Nur für den Fall, dass ihr mit Erdlingsbazillen in Berührung kommt. Lustig, Dad. Dad, hör auf. Stell auf, damit mein Kind mit Gemüse zu bewerfen. Oh, ist das einfach. Die hat so einen Stock im Arsch, ne? Ich wollte nur testen, ob diese kleine Außerirdische da gegen Erbsen der Erde allergisch ist. Ruhe bewahren, mon amour. Wie soll ich die Ruhe bewahren? Mein Vater wirft hier mit... Bis dann, Try. Seit wann sprichst du denn bitte französisch? Nun, eigentlich wollte ich damit bis nach dem Dinner warten, aber wenn du schon danach fragst... Wie ihr wisst, habe ich eine Karriere als Schauspieler angestrebt. Ein Akteur könnte man sagen, wenn es denn so beliebt. Und nun haben sich meine Hingabe und all die harte Arbeit endlich bezahlt gemacht. Ich spiele die Hauptrolle einer ehemaligen französischen Green Barret. Palaeontologe bei Tag. Weinkurator bei Nacht. Alexandri Galant. Ein jüngster Filmhit von Global Studios. Dinokalypse. Nun, Liam, das ist meine angenehme Überraschung. Gratulation, kleiner Bruder. Ah, das ist Thomas, ne? Ein Dinostreifen? Ich gebe zu, das klingt... Supercool. Supercool. Ne, das ist der... Herr, hör mal zu, Bruder. Jetzt bin ich verwirrt. Ich dachte, sie und Ellen... Bald Jonathan. Ich war gerade verwirrt. Die beiden sind ja verheiratet miteinander. Hoffentlich bald. Hast du irgendwelche lässigen One-Liner? Zeig uns was. Hitschlag. Ciao, Mon Amo. Sei es in der Liebe, sei es im Gefecht. Dr. Galant wird dich niemals enttäuschen. Oh Gott, das ging gar nicht scheiße. Dino! Aber da waren die wenigstens noch ein bisschen normaler miteinander. Außer, ne, die Tante... Nein, du darfst nicht spielen. Mal zählen. Ich fand die Nacht jetzt ziemlich unangenehm, muss ich sagen. Und wieder mal, weiß Liam, nur zu enttäuschen. Oh Gott. Mehr braucht es dazu auch nicht, als dass er sich nur morgens aus dem Bett rafft. Mhm. So, mein Coil. Wer ist jetzt gekommen? Na. Wenn es um Erbe geht, gehen alle durch. Die Wabe anscheinend schon immer ziemlich scheiße. Pfannkuchen? Oh nein, wie ungesund. Gibt es denn irgendwas zu feiern? Ich dachte, die meckert jetzt irgendwas anders. Äh, Schatz, das sind keine gewöhnlichen Pancakes. Das hier sind Carcakes. Dieses Rezept sollte ich patentieren lassen. Jonathan, du versuchst diesen Morgen ja tatsächlich mal witzig zu sein. Sollte ich mir Sorgen machen? Wir sind hier als eine Familie beisammen. Ist denn das nicht Grund genug? Ja, ja, da müssen wir jetzt einschleimen, dass sie dann zusagt, dass sie das Haus verkaufen. Keine Ahnung, das ist aber selbst ein Spätwundheck ist am Lafret. Was? Liebling, kannst du mir mal den Sirup zur Hand an... Warst du ein Sirup? Ach, sicher. Hm, hab ich kommen sehen. Hättest ausweichen sollen. Dann siehst du, wo der Meteor einschlagen wird, bevor er dich trifft. Oha, Backseat Gaming! Du spielst Necrothron? Gehört zur weltweiten Top 5000 Minderheit von Grandmaster-Level-Lite-Spielern. Machst du Witze, Grandmaster-Level? Wow. Benutz die AOE-Fähigkeit vom Paladin. Oha! Also Tante, das ist ja nicht nett. Denk dran, deine Diamanten auszup... Ey! Oh, ich hätte dir in den Mixer da reingehauen. Skelette sind resistent gegen Raketen. Nicht dein Fehler. Das war einfach schlechtes Game-Design. Oha! Oha! Okay, das ist voll cute. Das ist jetzt angemacht. Unger, Bunger, Kalunger! Ich bin der große Schamane wie Lunger! Ich habe auch Hunger, aber richtig. Hunger, 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 Hunger! Ich habe Hunger, Hunger! Der Meister der Geister! Geh und wasche das Gesicht, bevor dich deiner Mutter so sieht. Aura! Mei-Nu! Könnte das vielleicht ihnen gehören? Was? Du warst das! Espen, hast du eine Ahnung, wie viele Dosen Katzenfutter so ein Rohden-Olio-Wert ist? So, was kannst du dir nicht leisten? Ist doch eine Katze. Warum soll sie sich Lippenstift leisten, hä? Warum soll sie Lippenstift... Oh mein Gott, ey. Das kostet zu viel, weil man einfach übertreiben muss und sich das Teuerste kaufen muss. Weil Lippenstift ist Lippenstift. Das ist meine Fresse. Es ist so wirklich so nützlich. Ich möchte gern Schickimicki-Tandana. Ähm, Senora. Bei allem Respekt. Etwas beunruhigt mich. Nun denn, ich höre, Miss Nunes. Das Landgut, Senora. Das bedeutet nichts Gutes. La mal dat. Ähm, wo wir schon vom Landgut sprechen. Was soll das heißen, Miss Nunes? Äh, viel will ich nicht sagen. No todo lo que brille es oro. Ich hab keine Ahnung. Da bin ich mit meinen Spanischern auch schon am Ende. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ach. Danke für den, äh, kleinen Spanischunterricht, Miss Nunes. Jetzt hab die das kapiert, ey. So, ich geh da mal für, äh, für alle Kaffee aufsetzen. Nee, 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 nee. La, la, la. Ja, 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 ja. Gattomalo. Ist das deiner, Lieblingen? Was, schon wieder? Eswin, hör sofort auf, dich wie ein kleiner Dieb aufzuführen. Die Farbe passt noch nicht einmal zu deinem Fell. Ja, aber die nur Scheiße, Alter. Sag mal, Schatz, was meinst du, was das Landgut in etwa wert ist? So langsam steht es mir bis hier mit diesem Landurkunde, Jonathan. Weißt du, ich habe darüber nachgedacht, den Mercedes auf Vordermann zu bringen zu lassen. Hörst du mir überhaupt zu? Hm? Ähm, was jenes Landgut anbelangt. Hier kommt noch einer. Zurück zu deiner Sirup-Station, Mrs. Carmichael. Ah, Carmichael, irgendwas. Du weißt, dass ich Mason bevorzuge. Das hat Spaß gemacht, Papa, nochmal. Ich habe fast hier oben in die Weine gebrochen. Gehört er dir? Espin! Versucht etwa jeder einzelne Lebewesen in diesem Haushalt, mich mit diesem Morgen in den Wahnsinn zu treiben. Adeline, wie ich sehe, hast du für Trivalitäten ausreichend Zeit. Heißt das, dass du mit deiner Hausaufgabe für die Geschichtsunterricht fertig bist? Noch nicht, Mom. Ich habe da eh noch den ganzen Tag dafür Zeit. Und Tante Dawn gibt mir hier gerade echt coole Tipps. Ich kann nur hoffen, dass dein Verständnis von cool dich in deinem Leben auch irgendwie weiterbringen wird. Spiel doch mit, Shane. Spiele sind ein gutes Mittel zur Stressbewältigung. Wie kommst du darauf, dass ich sowas nötig hätte? Und für dich heißt es immer noch Shannon. Keine Sorge, ich mache es ja bald. Und Mom, hast du schon eine Gelegenheit gefunden, die T-T-Ticket zu kaufen? Nein, Eddie, habe ich leider nicht. Das ist ein schlechter Zeitpunkt. Notgedrungen bleiben wir noch etwas länger als erwartet. Machst du Witze? Schon seit einer Ewigkeit plane ich diesen Trip mit Beth. Hast du etwa ein Anrecht auf etwas, nur weil du darauf wartest? Du bist unfassbar! Hey, nein! Alter, die Mutter ist so scheiße, ne? Irgendwie habe ich jetzt auf einmal den Appetit verloren. Ich esse eh kein Glutin. Okay, gehen wir zum Santa Monica Beach. Wartet auf mich! Komm mit! Hören Sie bitte auf, so herumzurennen. Eddie! Endlich! Na, dann nimm dir den Haufen der Pancakes. Hier lasse ich mir besser nicht vergammeln. Der geht nur rein, um zu fressen! Hahahaha! Tschüss! Endlich! Jetzt sind alle fertig! Verstaunt allesamt das gastronomische Wunderwerk der Carcakes! Aber aufgepasst, ihr könnt euch ver... Wo sind denn alle hin? Nur einmal, um Gott verdammtes Familienfrühstück. Das ist alles, was ich wollte. Ja, dann sei doch nicht so scheiße, mein Gott! Die wundert sich, dass alle sich verpissen, weil sie so kacke ist. Moment mal, hab ich den ganzen Morgen lang an diesen Dingern hier gearbeitet? Ja, du hast das jetzt umsonst gemacht. Verzeihung, aber wenn doch bitte mal jemand zuhören würde! Oh Gott, ey. Dann esse ich jetzt einen Penkill. Scheiß drauf. Ich komm nicht, Mann! Aber wir schaffen das schon. Mist! Ich komm nicht ran! Gute Nacht, Sef! Verzeihung, aber es gibt etwas, was ich gerne erläutern würde. Überbewerten Sie bitte nicht den Wert des... Mr. Stern? Gerade rechtzeitig für Meisterchef-Koch-Kammer-Kids-Weltberühmten-Karcakes. Naja. Äh? Machen Sie Witze? Ich komm ja schon und schau mir Ihre verdammten Unterlagen an. Warten Sie, wer ist mit einem zum Mitnehmen? Wollen Sie vielleicht eins so? Äh, ich hab Diabetes. Oh. Äh, echt schrecklich hier gerade. Ja. Äh, echt bitte. Vielen Dank.